Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wir machen Angriff der Magie und Stats x2 So ist das Angriff der Magie So, öffnen wir mal die Karte und suchen Angriff der Magie Moria, am und hin Da, Angriff der Magie Da haben wir noch nichts Außer der Stats Die Aufzeichnung von dir auch immer so geil wie es ausgemalt wird So, ich glaube ich will mal die 4-6-4-2-1 Wenn ich das auch hinbekommen bin So, wir haben eine kleine Schifte. So, ich glaube ich habe den Rand, der mansion macht So, dieses ist wirklich gut. Was ist das? Oh,ja,steine Ah,steine! Das ist das! Ich will uns auch mal ja, das ist Ja, und ich habe alles nur ein Kittel Und du musst uns doch vorerst ihn anschauen und du musst dich das nicht und du musst dich Wenn du musst, kann ich mich Sollte, um das nur wieder. Ach, genau, das ist auch ein Pony. Wenn ich stehe, stirbt Theoden. Ach, genau, das ist auch ein Pony. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.